Halli, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Engage. Mir ist letztes Mal gar nicht aufgefallen, dass wir hier unser Outfit ein bisschen geändert hatten. Ja, beim letzten Mal ist unsere Mutter gestorben, wir haben hier uns im Somniel einquartiert. Und jetzt reden wir mit den Leuten. Achso, ich kann euch Geschenke machen. Yes. Hm. Kann ich mir vorstellen? Unterstützung. Ich leiste dir Unterstützung. Mein Fan-Girl. Hey, hey, schau nach hier. Hey. Ah. Der Divine One המסever schaub oike auf mich. Danke, Universe. 給 manage mich anj making, so so krank und so, sehr, sehr, sehr schillierig. Krieg nicht gleich einen Herzinfarkt. Ähm, Fram? Oh, disj inning. Am mir Strahlende zu Problem? Ja, das wird man. Ich habe einen Fanclub. Das war knifflig. Ich habe einen Fanclub. Ich habe einen Fanclub. Ich bin ein Fanclub. Ich bin ein Fanclub. Ich bin ein Fanclub. Ich habe einen Fanclub. Ich habe einen Fanclub. Ich habe einen Fanclub. Spenden Okay Spenden Wir bringen auch erhöhte Material Fundrat und andere Vorteile Blablabla blub Äh Wisst ihr wie mein Geldstand aussieht? Null Wo wartet der denn da? Ah Ich würde mich hier wahrscheinlich auch verlaufen Da ist mein Zimmer Nimm ich an Da kann ich schlafen Oh guck mal Der steht sogar bei da Aber für den Text Okay Danke Okay gut zu wissen Kommode Ist ein besonderer Ort Wollen wir mal ein Nickerchen machen? Ne Lassen wir das erstmal Wann teilen wir denn noch hier alles? Müssen wir uns ja ein bisschen umschauen Wahrscheinlich wird es heute nur dieses Somni hier geben Eier Milch Alles was wir für ein Frühstück brauchen Ein hübscher Kiesel Das macht wahrscheinlich schon einen Unterschied Wem ich das jetzt an den Kopf werfe Den Kiesel Irgendeiner wird sich schon freuen Zur Not ziehen wir nicht nur auf den Kopf Sondern wir ziehen uns hier noch an andere Stellen Oh Nee Bist so ganz gut angezogen Keine Sorge Ich wüsste gar nicht wie ich mich dort anziehen sollte Ich würde definitiv was Falsches sagen Ich muss schon sagen Das sieht hier alle sehr schön aus Beim Gehöft war sie Okay Wir haben ja noch nicht so viele Verbündete Wir haben wahrscheinlich schon mit allen geredet Aber nee Wander und Klane müssen wir noch bequatschen Die sind im Obstgarten Ist das der Obstgarten? Hier ist auf jeden Fall Pferde-Dum Wen auch immer ich den gebe Der wird mich lieben Da ist der Obstgarten Definitiv Ja das ist eine schöne Orange Du siehst aus wie ein Butler Hier möchte ich doch einen Kiesel haben Ich danke dir Die normale Pferde-Miss Das ist alles Man könnte dich verschenken Aber warum sollte man das tun? Ja genau das denke ich mir auch Warum sollte ich den Pferde-Miss verschenken? Ich glaube das ist so eine Aussage mit Ich hasse dich Es gäbe ich irgendwie Wenn er meinen Scheiße zu bauen Wir haben einen Schwimmbirt Ich würde sagen Wir gucken uns hier vorne noch Den Bereich an Auf der Karte Dann können wir eigentlich auch schon In die nächste Schlacht ziehen Wir gucken Dass wir hier alles mitnehmen Was glitzert Oh hier kann man In bestimmten Sich so gute Lagerfeuergeschichten erzählen Beziehungsweise Man kann da wunderbar campen Da ist eine Höhle Oh da sind Sachen drin Fragment des Bandes Ein Altar Das scheint ein Altar zu sein Ja das habe ich mir auch schon gedacht Aber danke Spiel Dass es mir nochmal bestätigt Dass es ein Altar ist Wir hätten das sonst nie gebutzt Okay hier ist noch ein Turm Noch nicht freigeschaltet In Zukunft werde ich übrigens Das hier Was hier passiert Wesentlich enger zusammenschneiden In dem Somnil hier Ich würde sagen Legen wir uns noch eine Runde schlafen So Ich will pennen Es ist spät Jemand kommt herein Mein Fanclub Du kriegst ein Pferdemist Du kriegst ein Pferdemist Wer hätte von deinen Verbündeten geweckt Du kriegst sowas von dem Pferdemist Wollen die jetzt alle nochmal reden Oder Ne ich glaube nicht Ach guck mal hier kann ich mir auch nochmal Die Karten in groß ansehen Dann sehe ich auch wo die alle sind Die mit mir quasseln wollen Hier ist eine Tür Wahrscheinlich zum Café Ne Arena Gehe ich auch gleich einmal hin Oh Ich will noch hier hinten in dem Eck gucken Was da so ist Ich will mir das hier wenn schon ganz angucken Da ist ein Brunnen Da ist Reinspringen Da hat irgendwer was zu tun Das ist ein schöner Stein Dennoch können wir hier nicht besonders viel machen Okay Dann würde ich sagen Machen wir mal weg Die mit der Story Hier sind wir Das ist der König von Fyrene Was ein schönes Ort Ist es? Und keine Signale der Corrupted Das ist gut Das war ziemlich ein Reise Crossing der Meer all die weg von Lithos Ich hoffe du nicht aus Ich bin gut 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 Listen Ich bin sorry für twisting dein Arm zu kommen mit mir Alfred Es ist alles gut Ich wollte zu kommen Wie geht es bevor wir in der Kastel erzählen mir mehr über dieses Kingdom von dir? Happy zu Ich bin Fyrene ist einer der vier Nationen von Elios in der Südwesten Es ist von meiner Mutter Queen Ev Wir sind Wir sind als Land Plenty Unsere Menschen value peace above all else Wir haben gesehen war for centuries Du musst kommen aus lang line von capable leaders Das ist kind of you zu sagen Peace doesn't always come easy Mother had to hammer out a non-aggression pact with our neighbors the pact says there won't be war between us Solm and Brodia right Solm the kingdom of freedom and Brodia the kingdom of might you've got it Solm is an open-minded country they've always had good relations with Fyrene but an alliance with Brodia took some doing their kings an ambitious man he's always launching attacks on Elusia to expand his own territory I take it Elusia isn't in the alliance no honestly they're so far away we don't interact with them too much we know it's snowy there with long winters and that some Elusians worship the fell dragon the fell dragon it's troubling I know but people can believe what they believe sorry I didn't bring it up to turn you against Elusia it's not them I hate it's the fell dragon him and the one who killed my mother can you tell me more about the emblem ring that was entrusted to Fyrenee oh sure it's the ring of the caring princess doesn't look like anything special until I met you and Marth I thought the emblems were legends I can't wait to tell my sister they exist she'll really be knocked for a loop you have a sister yeah the princess of Pyrenee Selene she's at the castle with mother right now princess Selene I look forward to meeting her just call her Selene I'm sure you two will get along great here's Flora Milltown castle's close now we'll just cut through here and something's off what is it I think there might be trouble ahead oh no the corrupted they're everywhere I can't stand to see them overrunning this peaceful town I have to drive them away divine one will you help me of course natürlich helfen wir ich habe mir übrigens nochmal mit den folgen überlegen there princess saline i beg you to make your retreat we'll handle this more of the themes might be on the way hurry louie chloe you can't possibly expect me to it is our sworn duty to protect the princess we will hold the line for you as long as we must you have to leave if you should fall here who warns prince Alfred of the invasion to come i concede the point but i return for you both please hold out until then apologies chloe pains me greatly to separate you from princess saline or even a relatively brief amount of time might i say i'm a bit disappointed i didn't get to see you run off with her highness yourself a knight should never leave his princess side sooner we win the sooner that will come to pass what chloe shall we yes let's an treten und ich kann items und emblem zu weisen den sollte natürlich schon irgendwer tragen der das ding auch nutzen kann die fähigkeiten die lese ich mir oft gehen einmal alle durch wie zum Beispiel ihr weiße pflicht so wem von euch gebe ich das denn du hast wahrscheinlich irgendwas ja das meine ausweich pflicht höher wird vielleicht wir besser haben schon mehr oder weniger mit bekommen ich würde sagen dir geben wir das oder oder könnte jetzt auch jemand mit einer Axt hier auf einmal die Lanze haben ne dann wäre es bei ihm am besten aufgehoben und dann hätte er neben der Axt noch was gegen Schwertkämpfer so wir haben nichts im Inventar das wir weiter geben könnte die steht bei wer was trägt wir können nichts weiter geben wir müssen auf jeden Fall die da hinten in der Mitte retten ich gehe jetzt die dinge einfach nur alle einmal durch wenn ihr euch die dinge durch lesen wollt dann macht pause kann ich mir halt auch so welche verbündete wo steht da kann man sich hier offenbar die bände angucken und natürlich gibt es noch speichern und so weiter und jene muss besiegt werden warte mal wir gucken uns die einheiten hier auf dem feld am besten noch vorher an verzerrter du bist rodine ne aber du trägst ein wurd bei dir das will ich haben das ist eine fährkammwaffe für achsträger da müssen wir auf jeden als erstes hin bei solchen Feldern können wir in die Häuser meine ich rein da könnten verbündete drin sein oder items für uns ich guck gerade wer von euch ist rodine ach du da oben oh du bist ein er entschuldigung dein name klang so weiblich die haben wir gefunden was was doing here i thought you were with mother i was but alfred the elusian army is marching on the castle what why i cannot say before they arrived mother sent me to warn you but then we were ambushed on our way to flora port louis and chloe stayed behind so that i might have a chance to escape please we must hurry back to them absolutely wahrscheinlich nicht yes mother gave it to me why do you goodness gracious the divine dragon you're here you're awake i am may i say it is truly an honor the emblem ring is right here please divine one can i just auch noch weiter geben the words they're coming to me care for us emblem of echoes lucina nehme mich an nee selica i detest violence but i will always fight to defend the innocent thank you for answering my call so this is the emblem that was in firinae's ring emblem selica how marvelous divine one with your blessing and hers of course i would like to fight by selica's side i must protect the people of this village and ensure louis and chloe safe you see me not kampf i can't control this ring to you seline ach die kann ich jetzt kontrollieren i won't be able to get very far with these archers everywhere how about this i take care of the archers and you deal with the magic users good idea while their spells will go right through your armor i'm resistant to magic so leave the mages to me it's not so bad protecting each other now is it indeed this is a nice change of pace okay nice i gotta go fine it's not so bad it's not so bad it's not so bad it's not so bad wie eine magierin aus okay wir hätten hier jetzt sehr viel zu handeln das würde sehr lange dauern deswegen mache ich hier tatsächlich heute noch schluss entschuldigung dass ich mich erst jetzt wieder ins bild setze wenn es euch gefallen hat lasst ein abo und ein like da und wir sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss 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 tschüss